In diesem Video zeigen wir dir, wie du mit deinem Pixel kabellos dein Zubehör aufladen kannst. Mit deinem Pixel 6 kannst du Qi-kompatible Geräte wie Pixel Buds und andere kabellose Kopfhörer ohne Kabel aufladen. Um andere Geräte kabellos aufzuladen, musst du Akku Teilen aktivieren. Akku Teilen wird automatisch eingeschaltet, wenn dein Pixel eingesteckt ist. Wenn du Akku Teilen manuell aktivieren möchtest, wische auf dem Startbildschirm nach oben, um deine Apps aufzurufen. Tippe auf die Einstellungen und dann auf Akku. Tippe auf Akku Teilen und tippe dann auf Akku Teilen erlauben. Wenn du deinen Akku ab einem bestimmten Ladezustand nicht mehr teilen möchtest, kannst du den Schieberegler entsprechend einstellen. Lege das kompatible Gerät auf die Rückseite deines Pixels, um es aufzuladen. Jetzt weißt du, wie du dein Zubehör mit deinem Pixel kabellos auflädst. Weitere Informationen zu deinem Pixel findest du in unserem anderen Videos und in der Hilfe.